ja moin leute frohes neues jahr euch allen herzlich willkommen hier zu diesem kleinen video auf meinem kanal heute geht es mal um ja etwas ganz spezielles und zwar war ich 2017 beim pdc european tour event in göttingen und habe da diverse spieler ich glaube es war das 8. finale müsste es gewesen sein da war ich in der session und ich stand zum glück immer bei den walk-ons ganz vorne und ich weiß nicht ich meine von allen norris habe ich den nicht mehr da habe ich ja nicht aufgenommen aber von den anderen wie mbg michael smith peter wright die habe ich auf jeden fall alle münzen thunder fahrt auch und ganz zum schluss noch etwas anderes und zwar habe ich 2019 im oktober phil taylor getroffen und da gibt es auch zumindest mal ja eindrücke von dem event und wie er eingelaufen ist und ich wünsche euch viel spaß bei dem video und ja abonniert gerne den kanal und liked das video würde mich sehr freuen und ab dafür beden Das ist es, willkommen, die Compras, Jelle Grazer! Hier kommt Chessy! Oh no! Los geht's los! Hey Jekyll, los geht's los! Aus Antwerpen, die Hurrikan käme einbrechen! Wänden wir in der Erde, und da werden wir in der Erde der GekBS repartieren. Wenn die Gäste das, ich weiß nicht, und wenn die Gekäste kommen will, wenn ich mich nicht ver sintet bin, Hier ist der U.K. Open Champion, unser Schöner, Schnellbein, Peter! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020